Herzlich Willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Unser Thema heute Idrangeria paniculata oder Idrangeria camellia. Der Züchter Robert Meierhofer, Betriebsleiter bei Lubera in der Schweiz. Er hat diese Sorte gezüchtet. Er steht hier im Züchtungsfeld in der Endselektion, wo er diese Sorte dann schlussendlich für die Vermehrung selektioniert hat. Robert, was zeichnet Chameleon aus? Was hat dich bewogen, diese Sorte von diesen, ich sage mal, ein paar hundert Selektionen, die du da in der dritten Selektionsstufe noch hattest, was hat dich bewogen, diese als erste, als eine der ersten Sorten zu selektionieren? Ja, ich habe mir gerade gedacht, eigentlich muss ich gar nicht viel dazu sagen. Ich finde, die Sorte spricht für sich. Also wenn man die Reihe hier entlang läuft, man bleibt relativ schnell oder meistens bei dieser Nummer oder Sorte Chameleon stehen, weil sie auffällt. Sie hat einen relativ kompakten Wuchs, ist jetzt, man sieht es Meter bis Meter zwanzig hoch, kann je nach Jahr, wenn sie nicht ganz so viel Triebe macht, ein bisschen höher werden. Ein schöner Habitus, runder Strauch, der von allen Seiten mit Blüten bedeckt ist. Die Blütengröße selber ist nicht wahnsinnig groß, also da gibt es viel größere Sorten, aber ich glaube, die Blütenfülle macht es aus. Und dann das Spezielle noch an Chameleon ist die Verfärbung. Es geht jetzt gerade los, also wenn sie aufblüht, ich schaue mal, ob wir noch eine frische Blüte finden. Neues keine mehr, aber man kann es ein bisschen vorstellen. Also sie fängt ganz weiß an zu blühen. Ende Juni, Anfang Juli und beginnt jetzt, jetzt haben wir den 25. August, beginnt jetzt sich zu verfärben, fängt von unten an rosa zu werden. Irgendwann ist die ganze Risperosa, geht dann ins Altrosa, später im späten Herbst ins Bräunliche. Und das Witzige eigentlich an... Ein bisschen Grün, ein bisschen Grünstich hat sie dann auch, ein bisschen innen, hier sieht man es vielleicht, ist ein bisschen Grünstich, eher an den beschatteten Stellen. Und was bei der Sorte meistens auffällt in den meisten Jahren, dass die unterschiedlichen Blüten die Verfärbung nicht gleichzeitig machen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Blüte, die schon voll rosa ist und dazwischen ist oft eine, die noch fast rein weiß ist. Ich habe so den Chamäleon-Effekt. Okay. Wie wird jetzt diese Chamäleon behandelt? Also muss man da irgendein Speziales beobachten, wenn man Hydrangeasie Chamäleon pflanzt? Nein, eigentlich nicht. Also die Hydrangeasie, auch Chamäleon, ist völlig winterhart, egal ob im Topf oder im Garten ausgepflanzt. Sie verträgt fast alle Standorte, saure Böden, neutrale, kalkhaltige Böden. Hier steht sie auf einem recht kalkhaltigen Boden. 7,5 pH 7,5 pH 7,5 pH. Genau. Macht hier nichts aus. Man sieht es, eine normale Bauernhortensie würde das hier nicht gut überstehen. Sie verträgt volle Sonne, sie verträgt Trockenheit besser und Hitze besser als Bauernhortensien, also eigentlich die einfachste Hortensienart. Wir empfehlen Hydrangeasie im Winter einfach runterzuschneiden, auf 10-15 cm über dem Boden. Sie treibt neu aus und bildet neue Blüten im gleichen Jahr. Das ist eigentlich die einfachste Art Hortensien im Garten zu halten. Wie ist es mit der Stabilität? Muss man da mit der Stabilität nachhelfen oder ist da nachgeholfen worden? Nein, ist nicht nachgeholfen worden. Also das war ein wichtiges oder ein Hauptkriterium bei der Selektion meiner Züchtung, dass ich stabile Sorten wollte. Man sieht es immer wieder, wenn man hier runter schaut, dass einzelne Sorten dabei sind, die auseinanderfallen. Aber Chamäleon ist äußerst stabil. Okay, herzlichen Dank für die Auskunft zum neuen Hydrangeasie Chameleon. Robert Meyerhofer, Betriebsleiter von Lubera und Züchter der Hydrangeasie Serie. Hm, wie geht es weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht es zu Lubera.com, dem Shop mit über 5.000 Pflanzen und über 5.000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht es weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen. PB www.165.1 iram